Und wahnsinnig viele Eindrücke bei uns natürlich in diesem jungen Alter, auch in extrem kurzer Zeit. Wir wurden mit dem Auto von dem Security nach der Schule abgeholt und irgendwo hingefahren, wo wir da eine Show hatten. Das Klischee von Sex, Drugs und Rock'n'Roll, das stimmt natürlich zu teilen. Also dadurch, dass wir so jung waren, waren für uns natürlich Drugs nie ein Thema. Die reichsten Menschen, die tollsten Unternehmer sind genau die Menschen, die auch wahnsinnig viele Fehler gemacht haben, die viele Rückschläge erlitten haben. Und die hatten wir ja auch. Also wir haben so viele Rückschläge erlitten und auch der Hass teilweise, den wir bekommen haben. Das ist auch die Magie am Musikmachen zum Beispiel, wenn du ein Konzert spielst. Es gibt wenig, wirklich wenig auf der Welt, was vergleichbar ist mit diesem Tunnel, in dem du dich da befindest. Superlife Chromo ist eine moderne Musik-Marketing-Firma. Ich sage bewusst modern, weil ich natürlich auch dieses Business von der anderen Seite kenne, aus Musikersicht. Und ich habe mir eigentlich eine Firma gebaut, wie ich sie gerne als Musiker, als Partner hätte. Aber ich empfinde gerade schon so eine gewisse Zufriedenheit und ein Glück, an diesem Punkt zu sein, wo ich sage, ey, die Firma läuft. Es war ein übel harter Weg für mich, da hinzukommen, die Leute zu finden, genügend Aufträge zu haben etc. Und trotzdem auch wieder ein bisschen mehr meiner eigenen Passion irgendwie Raum zu geben. Das ist gerade ein schöner Punkt. Diese Show wird gesponsert von Freelitex. Fitnesstraining hebt unser Leben auf ein neues Level. Energie, Selbstbewusstsein, Gesundheit, sich wohlfühlen im Körper, jung und agil bleiben. Den meisten von uns fällt es aber enorm schwer, eine solche Routine aufzubauen. Die Motivation fehlt, die Workouts fühlen sich schlecht an, der Plan passt sich nicht an, der Erfolg stellt sich nicht ein. Aber es ist möglich, gesund und fit zu sein und sein Leben zu genießen. Für alle, die bereit sind, ein paar Minuten ihres Tages zu investieren, um eine entschlossene, lebenslange Trainingsroutine zu entwickeln, bietet Freelitex einen simplen Lifestyle, personalisierte Trainingspläne und datenbasierte Erkenntnisse, um deine Erfolgswahrscheinlichkeiten zu maximieren und dabei Spaß zu haben. Starte jetzt auf freelitex.de Außerdem wird diese Show von Stadium gesponsert. Die wissenschaftlich erwiesenen Vorteile von Training mit Gewichten sind unumstritten. Für die wichtigsten physiologischen Systeme im Körper, wie Muskelgröße, Kraft, sportliche Leistung, funktionelle Kapazität, aber auch für die Zunahme der Knochendichte und die Verbesserung der kardiovaskulären, kognitiven und psychologischen Gesundheit. Training mit Gewichten ist eine Wunderwaffe. Und jetzt kannst du diesen ganzen Vorteil auch einfach und stylisch von zu Hause haben. Stadium bietet dir hochqualitatives Equipment für Gewichtstraining, welches du gerne bei dir zu Hause rumliegen hast. Hol es dir auf stadium.de Und jetzt, lasst uns loslegen. Willkommen zu This One Life. Heute in der Show, Jo Halbig. Jo ist Musiker, Keynote-Speaker und Unternehmer. Er ist vor allem als Sänger und Gitarrist der Rockband Killerpilze bekannt, die seit 2002 mehrere Alben, Singles und auch einen Kinofilm veröffentlicht hat. Neben seiner musikalischen Karriere hat er auch Superlife-Promo gegründet, eine Agentur für Musikmarketing und Beratung. Jo, willkommen zur Show. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke für die Einladung. Als Killerpilze, wie würdest du eure Musik beschreiben und wie bist du, wie seid ihr überhaupt dahin gekommen, als Musiker leben zu können oder zu dürfen? Also ich glaube, du hast es schon ganz gut in der Introduction beschrieben. Deutschsprachige Rockmusik wäre jetzt wahrscheinlich so das Label, das man uns auf Wikipedia oder sonst wo geben würde. Ursprünglich kommen wir sogar ein bisschen aus dem Punkrock-Bereich, also deutschsprachiger Punkrock, Poprock, wie auch immer. Auf jeden Fall in der Gitarrenmusik verwurzelt. Rockmusik war immer ein wichtiges Thema. Und wie der Name der Band schon vermuten lässt, den haben wir uns nicht mit Mitte 20 oder Anfang 30 ausgedacht, sondern eher einen Tick früher. Und das ist auch die Geschichte, wie ich überhaupt zur Musik gekommen bin. Also die Band gibt es seit 2002, da war ich 13. Und da habe ich diese Band gegründet, zusammen mit meinem Bruder, der damals 9 war. Heute ist er drei Jahre jünger, also jetzt gerade 30. Und das heißt, wir haben sehr, sehr früh angefangen, hatten dann noch zwei Kollegen, mit denen wir die Band gestartet haben und wirklich so ganz klassisch als Schülerband, die einen großen Traum hat, nämlich auf die großen Bühnen zu kommen, erfolgreich zu werden, Rockstar zu werden. Das waren so die Vorstellungen. Und so haben wir unsere Band erst mal gestartet, aus dem Kinderzimmer raus tatsächlich. Ich würde vermuten, dass viele oder die meisten Bands, die gegründet werden, auch davon träumen, dass das mal mehr als eine kurzweilige Freizeitbeschäftigung ist. Wie kommt es dazu, dass es einige wenige schaffen? Was machen die besonders anders? Oder vielleicht, was war es bei euch? Wie viel ist so etwas tatsächlich, den Zeitgeist zu treffen? Wie viel ist das per Glück und Zufall, den einen, ich weiß es nicht, Promoter, irgendwie so etwas kennenzulernen? Wie viel ist es tatsächlich einfach können und gut sein in dem, was man macht? Also auf jeden Fall eine Mischung aus allem, aber vieles ist sehr viel unromantischer, als man sich das vorstellt. Es ist nicht so, dass man irgendwie ein, zwei Knöpfe gedrückt bekommt und dann, wenn man diese Knöpfe hat, dann wird man automatisch erfolgreicher Musiker oder Musikerin. Bei uns war es wirklich so, wie gesagt, als Schülerband angefangen, die ersten Songs geschrieben, da war eine große Leidenschaft da. Natürlich startet man erst mal mit dem Motiv, vielleicht auch im nächsten Schulfest zu spielen und ein paar Mädels zu beeindrucken. Das war jetzt mal so ein ganz stumpfes Motiv am Anfang, als 13-Jähriger cool, auf eine Bühne gehen, Musik machen. Das kommt auch bestimmt gut bei den Mädels an. Dann natürlich, aber auch ganz schnell hat man gemerkt, wie viel man zurückbekommt. Also A, bei den Konzerten, aber B, auch dieses sich kreativ ausleben. Und wir haben dann sehr, sehr früh, und ich glaube, das hat uns damals schon unterschieden, eine Entscheidung getroffen. Nämlich zum Beispiel, vielleicht kann man das jetzt heute nicht mehr ganz nachvollziehen, aber wenn man mit 13 in einem Fußballverein war, seit sechs Jahren, und das ist auch eine Leidenschaft von dir, dann war für uns irgendwann klar, okay, Fußballtraining und Bandprobe geht nicht mehr zusammen. Das heißt, du musst deinen geliebten Fußballverein jetzt irgendwie skippen, weil du Freitagnachmittag und Abend jetzt im Proberaum stehst. Und zwar jede Woche. Also wir waren da dann auch sehr früh, sehr diszipliniert. Mir war das immer dann auch wichtig, dass wir strukturiert zum Beispiel proben. Das ist so eine ganz simple Sache. Aber mit 13 waren wir da vermutlich anders drauf, als andere, die wirklich nur gesagt haben, hey, ja, lass uns irgendwie mal einmal im Monat treffen und ein bisschen hier rum Musik machen. Und ich habe halt schon wahnsinnig früh, das ist mir jetzt im Nachgang immer wieder aufgefallen, schon wahnsinnig früh eine große Leidenschaft auch dafür gehabt, nicht nur Musik zu machen, sondern ich wollte immer, dass die Menschen das mitbekommen, dass es uns gibt, dass wir diesen Traum auch haben. und sprich, die Business-Seite, würde man jetzt so stumpf sagen, damals wusste ich nicht, was Business ist, damals wusste ich auch nicht, was Marketing ist, aber zum Beispiel habe ich wirklich vor kurzem bei mir, beim Ausmisten zu Hause im Kinderzimmer, so einen Zettel wieder gefunden. Da stand von 2002, also da war ich eben 13 drauf, so hey, wir brauchen einen, die Toten Hosen Feature, Campino Kontakt raussuchen und Radiosender anschreiben und so weiter. Und ja, ich glaube, das war dann auch ein Part, ich habe wirklich sehr, sehr früh angefangen, die örtliche Zeitung zu kontaktieren, die einzuladen auf Konzerte über regionale Berichterstattung. Und natürlich dann, Thema Zeitgeist, hast du gerade auch angesprochen, haben wir natürlich auch die Sprache damals, ganz am Anfang, von anderen Kids auf dem Schulhof, irgendwie auch in unseren Texten gesprochen. Und dann hat sich einfach sowas entsponnen, Mundpropaganda, die Leute haben angefangen zu erzählen, hey, da gibt es so eine Band, die sind Mörderjung, der Schlagzeuger ist, Meter groß nur, und Word of Mouth, also irgendwann hat es angefangen, sich so ein bisschen zu verfangen. Aber, das wissen die meisten auch nicht, bevor wir dann einen großen Plattenvertrag bekommen haben, das war dann Ende 2005 circa, haben wir erst mal drei Jahre lang alles selbst organisiert. Also, wir haben 70, 80 Konzerte selber organisiert, da habe ich irgendwie mit 14 schon so verhandelt, und unsere Eltern haben uns da im Auto, privat überall hingefahren, also da war überhaupt noch nichts von professioneller Musikindustrie, sondern einfach nur Leidenschaft, und hey, lass uns mal gucken, wie weit wir kommen können. Und dann, so Ende 2005, als wir dann auch entdeckt wurden, da wurde das dann erstmalig professioneller, im Sinne von professionelles Musikbusiness. Wie viel Risiko ist, oder war für euch notwendig, um diesen Weg zu gehen? Also, damit meine ich schon allein, ganz banale Sachen, wurde es anfangs erwähnt, du musst dich zwischen unterschiedlichen Hobbys entscheiden, aber wie viel leidet die Schule, oder wie viel, ja, geht die Schule im Hintergrund dafür? Das hat ja dann auch Auswirkungen auf prinzipiell, welchen Job könnte ich noch machen, wenn das denn jetzt nichts mit der Band hat? Und wie viel Unterstützung ist denn auch wirklich von dem Umfeld notwendig, um sowas überhaupt mit 13, 14, oder deinem Bruder drei Jahre jünger zu schaffen? Also, ich glaube, prinzipiell war unser Risiko, für uns persönlich gesprochen, wahrscheinlich sehr gering, weil wir eben so jung waren. Also, es hätte alles schief gehen können, und womöglich wäre trotzdem irgendwas anderes dann aus uns geworden. Also, unser Risiko persönlich war gering. Das Risiko unserer Eltern, das so zu supporten, würde ich behaupten, schon höher, weil natürlich, ich sage jetzt mal, das Leben des Rock'n'Rolles ist nicht nur, dass man jeden Abend um 21 Uhr im Bett liegt, und alles gesund, und weiß ich nicht, Schule natürlich, das war immer wichtig, für meine Eltern zum Beispiel, aber auch von unseren anderen Bandmitgliedern, es hieß immer, die Schule ist gesetzt, also da gab es auch nichts zu verhandeln, und es war ja auch erstmal gar kein Thema, die Band war ja erstmal nur Hobby. Als wir dann quasi über Nacht, in Anführungszeichen, so wahnsinnig erfolgreich geworden sind, auch da war die Prämisse immer, die Schule wird fertig gemacht. Und es hat sich dann auch darin geäußert, dass wir alle unser Abi gemacht haben, ich habe dann später auch noch studiert, das war dann alles schon ein bisschen später, aber wie gesagt, Schule hat nicht darunter gelitten. Wenn du jetzt so ansprichst, was ist so das Anfangsinvest, um vielleicht seinen Kindern das auch ermöglichen zu wollen, im Grunde ist es da mit ein paar Instrumenten, gerade heutzutage, also ich beobachte das ja heute auch, wenn wir Talente entwickeln mit unserer Firma und im Management aufbauen, aktuell zum Beispiel, habe ich eine 17-jährige Künstlerin auch, vielleicht kommen wir später nochmal drauf, die wir aufbauen, das ist natürlich schon ein gewisses Invest, aber wenn man wirklich dran glaubt, würde ich behaupten, überschaubar. Also wie gesagt, Instrumente, dann vielleicht braucht man irgendwann einen Proberaum und dadurch, dass wir ja wirklich jetzt auch nicht in der Großstadt groß geworden sind, sondern man würde heute sagen, im Kaff waren natürlich, waren die Möglichkeiten da relativ groß, zum Beispiel alleine Flächen zu bekommen. Ich merke es aber heute immer wieder bei KünstlerInnen, bei Bands, dass es wahnsinnig schwierig ist, sowas wie Brummelräume zu bekommen, Flächen und da könnte man sicher mehr machen, aber unser Invest war am Anfang, glaube ich, sehr gering. Also ich habe zu Weihnachten eine Gitarre bekommen, durfte loslegen, mein Bruder hat ein Schlagzeug irgendwann bekommen, im gleichen Jahr, glaube ich, an Weihnachten und das war so quasi der Startschuss für die Musiklaufbahn. Kurze Zwischenfrage, bevor ich gerne noch mal auf die Professionale, also auf das, jetzt haben wir es geschafft, zurückkommen möchte. Hast du ein grobes Gefühl dafür, von 100 Bands oder Musikern, die es wirklich ernsthaft probieren, also die nicht einfach mal nur sechs Monate irgendwie ein bisschen singen oder auf einer Gitarre klimpern, und wie viele von denen schaffen es, von ihrer Musik zu leben und wie viele von denen schaffen es tatsächlich, einen gewissen Bekanntheitsgrad zu haben? Das sind ja schon mal zwei unterschiedliche Dinge. Bekanntheitsgrad bedeutet nicht zwingend davon leben können. Ist das so? Also gibt es unbekanntere Bands oder Musiker, die viel besser davon leben können als umgekehrt? Definitiv, da findet auch ein großer Wandel statt und das ist auch tatsächlich eine Mission für mich, mit meiner Firma das gerade jungen KünstlerInnen, aber auch generell Bands nahezubringen. Wenn wir nur mal kurz in die Thematik Streaming einsteigen, Spotify, das ist natürlich, wenn du ein ganz großer Act bist, der Millionen von Streams hat, eine Einnahmequelle, definitiv. Also eine Million Streams sind umgerechnet circa 3.700 Euro Vorsteuer, die ein Künstler bekommt, wenn er alle Rechte daran hat. Hört sich nicht nach sehr viel an. Es ist auch nicht sehr viel, aber wenn du jetzt natürlich, sagen wir mal Drake bist, der Milliarden von Streams hat, dann kannst du davon schon wieder natürlich einen schönen Einkommensstrom erzeugen. Aber, wie gesagt, es gibt wahnsinnig viele unbekannte KünstlerInnen, die über direkten Fankontakt, über gut besuchte Live-Shows einfach solide finanziell dastehen, davon leben können, die man aber jetzt im Mainstream in Anführungszeichen nicht kennen würde. Habe ich erst vorhin heute mit einem Kollegen drüber gesprochen. Solche Acts gibt es definitiv. Aber, wenn du mich fragst, wie viele von 100 davon leben können und bekannt sind, da würde ich sagen, 15. Das ist noch, ich hätte tatsächlich vermutet, dass die Zahl geringer ist. Ich hätte eher gedacht, dass man da in so einem Venture Capital Business Case ist, in dem irgendwie aus 100 Investments ein oder zwei so wirklich fliegen. Wobei das auch dann wieder die Definition, die Definition, was heißt so wirklich fliegen, was heißt noch davon leben zu können. Also genau, das ist generell im Musikbusiness ein Thema. KünstlerInnen sind im Zweifel einfach auch genügsamer, weil sie sich natürlich für eine Tätigkeit mit hohem Sinn entschieden haben. Also eigene Kunst zu machen, von dieser Kreativität, von dieser Kunst zu leben, ist glaube ich tatsächlich, und das ist auch der Grund, warum so viele MusikerInnen diesen Job aus Leidenschaft und gerne machen und entgegen aller Widrigkeiten. Es ist einfach eine Tätigkeit, die wahnsinnig erfüllend ist. Und dafür nehmen viele natürlich auch in Kauf finanziell nicht so üppig dazustehen, wie wenn sie das vielleicht, wenn sie in einer anderen Branche tätig wären. Aber, du hattest vorhin gesagt, von 100 Bands, die grundsätzlich schon irgendwie ganz gut, also die irgendwas musikalisch, zumindest semiprofessionell machen und darauf bezog sich die Frage. Wenn wir jetzt sagen, von allen MusikerInnen, die irgendwas mit, ich weiß nicht, Instrumente spielen, Gesang und so weiter zu tun haben, dann sind es definitiv weniger, klar. Es war jetzt schon eine gewisse Vorauswahl, würde ich sagen. Ja, das macht Sinn. Ich würde gerne später nochmal auf diese ganzen Dynamiken, auch innerhalb der Musikindustrie und was du mit Superlife-Promo machst, zurückkommen. Darf ich noch einmal quasi zurückklicken auf Killerpilze? Wir waren in der Geschichte, als ihr dann entdeckt wurdet und als das Ganze professioneller geworden ist. Einmal von weggegriffen für die Zuhörenden. Ihr konntet, ich gehe davon aus, ihr konntet zu der Zeit, in der ihr aktiv Musik gemacht habt, davon leben. Hast du ein paar Zahlen, damit meine ich jetzt nicht euer Bankkonto, aber ein paar Zahlen, die irgendwie ein Gefühl dafür geben, welche Art von Bekanntheit oder welche Art von Zuspruch ihr denn in euren Hochzeiten hattet? Ja, also wir haben das große Glück, über 230.000 Alben verkauft zu haben, also CDs, die es heute jetzt in dieser Form natürlich noch gibt, aber die nicht mehr die Relevanz haben. Tatsächlich, das ist so ein Andenken, auch aus dieser Zeit, eine goldene Schallplatte hängt hier, die wird für über 100.000 verkaufte Alben verliehen. Wir waren in den Charts Platz 7, Platz 2 in Österreich. Wir haben Deutschlands größtes Musik- Crowdfunding zweimal gestemmt, wo wir mit unseren Fans gemeinsam 120.000 Euro auch erwirtschaftet haben, gesammelt haben für Album-Projekte. Wir haben in unserer Laufbauung bis dato, also in den jetzt über 20 Jahren, 1.000 Konzerte gespielt, waren bei Rock am Ring wahnsinnig viele eigene Tourneen gespielt, waren in Frankreich, in ganz Europa eigentlich auf Tour, also in Frankreich auch sehr bekannt unterwegs. Bis heute spielen wir, wenn wir auf Tour sind, immer noch viel in Paris auch und so weiter. Ja, und die klassischen Rockstar-Klischees durften wir auch zeitweise erfüllen, also mal mit dem Privatjet rumfliegen und Fünf-Sterne-Hotels und kreischende Fans vor den Hotels und auch vor dem Elternhaus, also es war wirklich verrückt. Wir waren diverse Male auf dem Bravo-Cover von der großen Jugendzeitschrift. Klingt jetzt alles so ein bisschen wie aus der guten alten Zeit. MTV, wie war so Dauergäste oder auch bei Stefan Raab und so weiter. Also ich würde schon sagen, wir waren sehr bekannt und wenn man heute auch Leute irgendwie auf Festivals oder generell fragt, die sich mit Musik beschäftigen, Killerpilze, der Name ist schon irgendwie immer präsent. Einfach auch, weil unsere Geschichte, die wir auch in unserem Kinofilm dann nochmal ganz gut zusammenfassen, ich glaube, das ist auch besser, als wenn ich es jetzt erzählen würde. Wer Lust hat, kann sich das gerne mal auf Amazon oder den Streaming-Service anschauen, da gibt es unseren Kinofilm. Wir haben natürlich eine sehr bewegte und ungewöhnliche Geschichte, auch mit Major-Plattenfirma Universal, die uns dann gesigned hat, als wir sehr jung waren, dann wurden wir auch als das Gegenstück zu Tokio Hotel gewissermaßen vermarktet, obwohl da nie irgendwie Beef oder Konferenzkampf war. Es gab kein Beef, es war einfach ein Marketingkonzept. Musikalisch waren wir Evo ganz anders und sind es bis heute. Und ja, irgendwann wurden wir auch von der großen Plattenfirma nach diesen zwei Alben und über 230.000 verkauften Alben gedroppt, so nennt man das in der Musikindustrie, wenn finanzielle oder business-technische Erwartungen nicht mehr erfüllt werden oder die Entwicklung eines Künstlers quasi nicht mehr vorangetrieben werden soll. Und dann haben wir irgendwann entschlossen, 2008 war das, unser eigenes Label zu gründen und quasi unser Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen und das war dann eigentlich, wenn man so will, die erste Firmengründung in unserem Leben, auch wenn wir es damals natürlich weit nicht so analytisch begriffen haben. War eher aus der Not geboren. Lass mal zurückrechnen, 2008, also jetzt dann vor 15, 16 Jahren, du bist jetzt, was hast du gesagt, 33? Ja. Das heißt, irgendwie irgendwo dann mit 17 so roundabout die erste Firma auch hier schon wieder gegründet, also auf jeden Fall schon mal ein sehr bewegtes Leben in einem Alter, in dem ich, weiß nicht, mich vielleicht irgendwie drum gekümmert habe, wie ich mir irgendwie ein kleines Auto kaufen kann, um die Mädels um die Ecke zu beeindrucken. Geil, ne, auf die Geschichte würde ich auch gerne nochmal zurückkommen. Darf ich nochmal zwei Fragen bei dieser Professionalisierung sprechen? Zum einen, auch um das nochmal einzuordnen, du hattest vorher 15 von 100 Bands, aber auch schon einer sehr großen Vorauswahl quasi gesprochen. Wenn wir das jetzt nochmal mit eurem Erfolg eben gegenspiegeln, wie viele von diesen 100, also dann offensichtlich nicht 15, wie viele von denen schaffen es irgendwo an so ein Niveau ranzukommen, wie das, welches du gerade für die Killerpilze beschrieben hast? Ja, da sind wir wahrscheinlich genau bei der Zahl, die du vorhin gesagt hast. Zwei. Also das sind aber ein, zwei aus der großen Vorauswahl. Womöglich sogar noch weniger, vielleicht sogar noch weniger, aus einer größeren Auswahl genauso ein bis zwei. Also wir halten fest maximal zwei aus einer schon sehr engen Auswahl, die das professionell machen. Und einmal noch eine Frage für mich zum Verständnis und erlaube mir so ein bisschen Laienfragen zu stellen, da ich keine Ahnung von dem Musikbusiness habe. Ein Problem, ich auch nicht. Wenn man jetzt entdeckt wird und das Ganze professionell gemanagt wird und durch Universal und so weiter gesagt, inwiefern wird man dort unterstützt und inwiefern wird man dort versucht auch, wird man versuchen, Leute, dich oder euch zu modellieren, zu shapen, in Richtungen zu bringen und das auch zum Teil sehr fundamental. Also um dir ein Beispiel zu geben, ihr wart eine Band, ihr wart vier Leute in der Band, so wie ich das vorher verstanden habe. Gibt es da wie in anderen Industrien, wie beim Venture Capital, wie beim Fußball, wo man dann irgendwie anfängt zu überlegen, eigentlich müsste hier eine andere Person irgendwie auf der Position sein. Gibt es überhaupt irgendwie so etwas und wird auch versucht, Musikrichtungen, Musikgeschmäcker und so etwas zu beeinflussen? Also absolut berechtigte Frage und ich würde grundsätzlich sagen, ja, natürlich gibt es das in der Musikindustrie. Man muss vielleicht auch nochmal vergleichen, damals und heute, also vor 15 oder 17 Jahren, als wir gesigned wurden, waren wir zum einen wahnsinnig jung, was nicht bedeutet, dass es irgendwie einen Einfluss darauf hat, ob man sich vielleicht leichter bequatschen lässt. Also um es mal für uns festzuhalten, wir haben uns damals, wir kamen ja eben auch aus dieser Punkrock-Energie und wir gegen das Establishment und wir machen eben alles anders. Wir haben uns natürlich überhaupt nicht reinquatschen lassen, was jetzt zum Beispiel unsere Musik angeht und genau dieses dagegen oder vielleicht jetzt auch nicht Mainstreamige war natürlich auch unser Alleinstellungsmerkmal gegenüber ganz vielen anderen, die eher Popmusik zum Beispiel machen oder Rap und so weiter. Sprich, musikalisch hat zum Beispiel die Musik Plattenfirma da gar keinen Einfluss auf uns genommen. Natürlich bespricht man sich mal mit seinem Team, was wird vielleicht eine erste Vorab-Single oder eine zweite etc. Aber weil es auch vermutet wird, wenn man gerade so jung ist, dass dann da Leute von außen kommen und sagen, du musst dir jetzt folgende Klamotten anziehen. Also die Fehler, dass wir uns furchtbare Klamotten angezogen haben und fürchterliche Haarschnitte trugen, die haben wir alle selber entschieden. Das war von niemandem vorgegeben. Heutzutage ist es aber auch anders, was Major Plattenfirmen, also wir reden jetzt mal von den ganz großen Plattenfirmen angeht, die seinen heutzutage überhaupt nur noch MusikerInnen und Bands, die eigentlich schon selber alles mitbringen und den Erfolg eigentlich schon sich selbst aufgebaut haben. Da dient so eine große Plattenfirma dann eher als Beschleuniger in Sachen Finanzen dazugeben, nochmal Netzwerke aktivieren, Marketing drüber stülpen, sag ich jetzt mal einfach quasi verfügbar machen. Aber was heute gar nicht mehr stattfindet, das war damals schon noch anders, dass KünstlerInnen wirklich an dem frühen Punkt ihrer Karriere entdeckt werden und quasi entwickelt werden. Mit dem Zugeständnis auch, dass vielleicht die ersten ein, zwei Alben, die man zusammen veröffentlicht, vielleicht noch nicht erfolgreich sind. Also Herbert Grönemeyer ist so ein klassisches Beispiel, der wurde mit seinen ersten drei Alben von allen großen Plattenfirmen immer wieder abgelehnt. Ja und ich glaube der Rest ist Geschichte, heute ist wahrscheinlich der größte deutschsprachige Künstler. Also es gab es auch durch die Jahrzehnte immer wieder, aber es hat sich schon nochmal stark geschifftet, dass heutzutage viel weniger MusikerInnen wirklich gefördert werden, sondern das ist fast schon die Aufgabe von den Bands, den Managements, so Leuten wie uns, die rund um Bands dann auch sind oder eben wenn ich jetzt von eigenen Projekten spreche, dass ich als Künstler die eigene Aufgabe habe, mein Projekt eigentlich an den Punkt X zu bringen, wo es eigentlich schon fliegt und dann kann ich entscheiden, okay, möchte ich jetzt zum Beispiel durch Geld, durch Abgabe von Rechten mehr Geld bekommen, damit ich das Projekt größer machen kann. Also ja, eigentlich ein klassischer Investment Case. Woran liegt es denn, dass sich dieses Modell so stark geändert hat? Ich meine, ich von außen könnte mir vorstellen, dass jetzt natürlich Künstler und Bands andere Möglichkeiten haben, sich selber zu promoten, als die es vorher gab. Die ganze, also ganze Stichwort Internet, Social Media und Plattformen, in denen man seine Reichweite oder Fans direkt monetarisieren kann. Das würde ich vermuten. Dann hat sich aber wahrscheinlich auch das Geschäftsmodell von den Plattenfilmen verändert, oder? Weil vorher muss das ja dann tatsächlich so ein Case gewesen sein, ich gehe sehr stark ins Invest für einige von diesen Künstlern, weil ich noch gar nicht wirklich absehen kann, ob die wirklich etwas werden, aber dafür habe ich dann vielleicht einen größeren Share des Umsatzes oder des Erfolgs, der danach kommt. Erlicherweise kann ich dir das nicht abschließend beurteilen, warum sich das so groß verändert hat, weil wenn man jetzt heute auch aus Nicht-Musik Industrie Perspektive so versucht, sich ein Stimmungsbild zu machen, dann würde man wahrscheinlich denken, Musikindustrie die 90er Jahre, Anfang 2000er, das waren die goldenen Zeiten, da wurden wahnsinnig viele CDs verkauft, das waren die Zeiten, wo die die Major Plattenfirmen Leute mit Limousinen vorgefahren sind und nur noch gefeiert haben, weil die Musikindustrie so groß wurde, durch CDs dann eben, ehrlicherweise ist es spannend, weil die Musikindustrie ist, was Umsatzstärke angeht, mittlerweile noch größer. Das heißt, es wird noch mehr Geld im Musikbereich umgesetzt als zu den vermeintlich goldenen Zeiten, also muss man konstatieren, heute sind eigentlich die goldenen Zeiten für Plattenfirmen, dennoch findet diese Künstlerentwicklung ganz, ganz selten nur noch statt. Oder wenn, dann sind es sogenannte, so nennt man das manchmal, Industry Plans, das heißt, Dinge, die teilweise von Plattenfirmen entworfen wurden, also ein Act zum Beispiel, wo jemand am Reißbrett sagt, hey, für die Zielgruppe, das könnte funktionieren, sowas gibt es natürlich auch, eher selten würde ich sagen, aber deswegen kann ich dir nicht beantworten, warum sich das verändert hat, warum man jetzt mal ganz weichgesprochen vielleicht auch die Leidenschaft verloren hat, solche Themen zu entwickeln, natürlich ist die Masse an Musik ungleich viel höher als vor 20 Jahren, weil heutzutage natürlich jeder quasi selbst Musik produzieren, hochladen, veröffentlichen kann und also um dir mal eine kleine Zahl zu nennen, pro Woche, Entschuldigung, pro Tag wird 100.000 neue Tracks weltweit auf Spotify hochgeladen, pro Tag, Wahnsinn, auch spannend vielleicht, weil du vorher gesagt hast, um so Gesamtzusammenhängen zu verstehen, 90% aller veröffentlichten Musik auf Spotify weltweit hat unter 1.000 Streams, also 90% aller Musik, die es weltweit auf Streaming-Plattformen gibt, hat unter 1.000 Streams, das ist Wahnsinn. Das ist ein extremes Winner-Tags-It-All-Business. Genau, und das ist ja auch die Kritik, ohne da zu tief einsteigen zu wollen, die es natürlich auch in Bezug auf Streaming-Services gibt, weil nicht der Künstler fair bezahlt wird, von dem du jetzt am meisten die Musik hörst, sondern der Künstler, der generell am meisten gehört wird. Bevor wir nochmal auch im Rahmen von Super-Live-Promo über die Industrie und dein Business sprechen, ich würde gerne nochmal in diese Phase von hey, jetzt sind wir wirklich professionelle Musiker, reingehen mit wahrscheinlich den Fragen, die du schon öfters gehört hast, aber die natürlich auch für Laien von außen besonders interessant sind, einen Blick hinter die Kulissen eines professionellen Musikers erhaschen zu dürfen. Wie ist das Leben als Musiker? Welche Klischees kannst du bestätigen? Welchen möchtest du widersprechen? Also es ist glaube ich schon in vielen Teilen so, wie man es sich vorstellt. Dann ist es ziemlich cool, muss ich sagen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, das ist die schönste Sache der Welt. Also ich liebe Musik, ich liebe die Menschen, die mit Musik zu tun haben, Musik bewegt und dementsprechend auf Tour zu sein, Fans zu haben, Interviews geben zu dürfen, Musik zu machen, kreativ was entstehen zu lassen, das sind natürlich alles extrem gute Privilegien. Deswegen habe ich vorhin ja auch gesagt, ich glaube, das steht für viele dann auch erstmal an oberster Stelle, bevor man sagt, okay, was bleibt denn am Ende des Monats davon übrig, weil es einfach eine wahnsinnig erfüllende Tätigkeit ist und jetzt hatten wir natürlich dann nochmal speziell dazu dieses Glück, nicht nur von der Musik leben zu dürfen und sprich Musik machen zu dürfen, sondern halt einfach auch noch extrem bekannt zu sein. Also das, was du vorhin angesprochen hast, das war ja dann nochmal dieses Star-Ding, rote Teppiche Aftershow-Partys, Privatchat, tolle Menschen kennenlernen, da sitzt du irgendwie Backstage bei The Dome oder der Bravo Supershow, damals waren so riesen TV-Shows irgendwie neben Lady Gaga und so. Also es war absurd, wen wir auch alles kennenlernen durften, mit Pink abgehangen, bei Rage Against the Machine auf der Bühne von Rock am Ring stehen und so. Es ist wirklich absurd und wahnsinnig viele Eindrücke bei uns natürlich in diesem jungen Alter auch in extrem kurzer Zeit. Wir wurden mit der Limousine, also mit einem Auto von dem Security nach der Schule abgeholt und irgendwo hingefahren, wo wir da eine Show hatten oder wir haben in Polen gespielt vor 2000 kreischenden polnischen Fans und waren am nächsten Tag in der zweiten Stunde Erdkunde wieder in der Schule gesessen. Also dieser Spagat war schon absolut crazy und ich bin extrem dankbar, das alles miterleben zu dürfen oder damals auch bedurft zu haben. Wie gesagt, ich glaube, ich kann es gar nicht so gut beschreiben, wie viele Bilder, die es zum Beispiel bei uns im Kinofilm auch gibt. Das Klischee von Sex, Drugs und Rock'n'Roll das stimmt natürlich zu teilen, also dadurch, dass wir so jung waren, waren für uns natürlich Drugs nie ein Thema, auch wenn wir aber alles andere aus dem Spruch Rock'n'Roll auf jeden Fall und ich sage mal Zwischenmenschliches hat man sich natürlich in dem Alter auch ausprobiert. Ich meine, das tun glaube ich alle Jugendlichen oder dann Anfang 20-Jährigen, da ist man natürlich auch in dieser Phase. Wenn man heute auch in Backstage-Bereichen aber unterwegs ist, dann würde man, da widerlege ich dann bestimmt auch viele Klischees, würde man auch sagen, ey, es ist trotzdem nicht mehr so wie in den 80er-Jahren. Also es ist überhaupt nicht so, ich war gestern eben auf dem Southside-Festival mit eines der größten Musikfestivals in Deutschland, da ist quasi, das ist entspannter Nachmittag, also da ist jetzt nicht, dass da irgendwie wilde Drogenpartys steigen oder alle Acts komplett ausflippen, sondern heutzutage, um als professioneller Musiker oder Musikerin natürlich am Start zu sein, musst du dich auch professionell verhalten, weil sonst wirst du in dieser Masse extrem schnell outperformed, so wie in jeder anderen Branche natürlich auch. Aber klar, Alkohol ist natürlich in der Branche wahrscheinlich jetzt mal ein bisschen größeres Thema als bei anderen Branchen, aber da gibt es wirklich wahnsinnige Unterschiede. Ich merke das gerade bei den jungen Acts, die heute so nachkommen, die vielleicht auch nicht mehr so mit diesen Klischees groß geworden sind. Also wir beide sind ja jetzt, sage ich mal, gleiche Generation, gleiches Alter. Da ist man vielleicht auch noch mit den Erzählungen von den Eltern aufgewachsen und so, ey, ja, und Queen und die Rolling Stones und ich meine, das waren natürlich andere Zeiten. So Keith Richards, dass der heute noch lebt, ist ein Wunder, aber die Acts, die heute nachkommen, die unterscheiden sich schon sehr. Also da gibt es auch sehr Vernünftige und dann gibt es natürlich einige wenige, die genauso das Leben zelebrieren, aber ob die jetzt Musik machen oder das vielleicht auch in einem anderen Shop machen würden, I don't know. Auf jeden Fall habe ich es immer als großes, auch als großen Spielplatz empfunden, die ganze Musikindustrie und ich glaube, wenn man da so rangeht, dann kann man da definitiv viel Erfüllung finden, ja. Du hattest von Bands und Zuspruch und roter Teppich und coole, bekannte Leute kennen, gesprochen. Was, also das kann ja nicht spurlos an der Persönlichkeit eines, wie alt war er da, 15, 16, 17 zu dem Alter ungefähr, also Sub-18, das kann ja nicht spurlos an deiner Persönlichkeit vorbeigehen. Was, was, was macht das mit jemandem, so viel Zuspruch und so viel Fame zu bekommen, dann aber am nächsten Tag irgendwie wieder in Erdkunde zu, zu, zu sitzen. Wie sehr hat man dann auch mal wirklich abgehobene Phasen, bis man vielleicht dann auch wieder sich selber als Persönlichkeit auffängt und das ist wahrscheinlich ein zweiter Fragenteil, aber den ich mir auch schwer vorstellen kann, ist, wie sieht das mit dem Thema Neid aus? Also der erste Teil deiner Frage, ey klar, natürlich bin ich zwischendurch mal komplett abgehoben und hab mich wahrscheinlich vielen Leuten gegenüber auch wie ein Arsch verhalten, vor allem zum Beispiel meinen Eltern gegenüber. Ich kann mich tatsächlich noch an den Spruch erinnern, dass ich irgendwann mal nach Hause gekommen bin, da dürfte ich so 16, 17 gewesen sein und hab zu meiner Mama gesagt, hatte ich irgendwie keinen Bock mehr auf Schule an dem Tag oder generell und dann bin ich heim und hab gesagt so, hey Mama, ich verdiene jetzt mehr Geld als ihr beide zusammen, ich schmeiß jetzt die Schule hin und dann hat sie aber eiskalk gesagt, das kannst du klar, das kannst du gerne machen, aber dann wirst du einfach die nächsten zwei Jahre, solange du noch nicht 18 bist, auch keine Konzerte mehr spielen und damit war die Diskussion beendet, weil damit war die Diskussion beendet, weil Konzerte waren einfach oder sind einfach der Treibstoff eines jeden Musikers, einer jeden Musikerin, so, das ist das, worauf man Spaß hat, dementsprechend und klar, ich hab viel gestruggelt und mit mir selbst verhandelt und auch mit meinem Umfeld nicht abzuheben, ich muss aber sagen, dadurch, dass wir eben sehr ländlich groß geworden sind, damals hab ich auch noch nicht in München gelebt und einen sehr behüteten Freundeskreis hatten und wie du es gerade angesprochen hast, auch immer wieder mit dieser sehr normalen Realität konfrontiert waren, Stichwort Schule, war es irgendwie gar keine große Möglichkeit abzuheben, also wir hatten, das muss man wahrscheinlich so konstatieren, einfach immer ein Umfeld, die uns auch sehr sehr früh gesagt haben, du kennst ja auch Leute aus meinem Umfeld, privat, die nehmen kein Blatt vor den Mund und die sagen dir, wenn du dich gerade dumm verhältst oder drohst abzuheben oder ein Arschloch bist, dann sagen die dir das auch und ich glaube, das hat mich letzten Endes davor bewahrt, irgendwie so drogenmäßig abzurutschen oder sonstiges, was ja oft mit so Teenie-Stars passiert, weil diese Eindrücke in so kurzer Zeit, dieser wahnsinnige Zuspruch und das ist ja wirklich ein obsessiver Zuspruch teilweise auch dann nochmal von weiblichen Fans, war es bei uns halt viel, das muss man natürlich verantworten können und irgendwie verarbeiten können, aber die Frage muss ich dir eigentlich zurückgeben, du merkst wahrscheinlich eher, ob ich einen Knacks habe noch oder nicht. Überraschend angenehm. Das freut mich. Ich glaube, es gab dann immer mal wieder Phasen, wo man halt darauf angewiesen ist, dass einem gute Freunde und gutes Umfeld auch sagen, hey, jetzt pass mal auf, es dreht sich nicht die Welt um dich und deswegen, ich versuche es auch heute den Acts irgendwie mitzugeben, wenn man langfristig in dieser Sparte sein will, Musikbranche ist auch eine extrem kleine Branche, das bedeutet, gefühlt machen es 2000 Menschen in Deutschland unter sich aus und wenn man da natürlich unangenehm auffällt oder irgendwie einfach sich wie ein Arsch verhält, dann spricht sich das so schnell rum, dass das potenziell auch für deine langfristige Karriere schadet und ich habe da einfach immer bei den Bands oder zu den KünstlerInnen aufgeschaut, die das irgendwie hinbekommen haben dabei, angenehm auf dem Boden zu bleiben und das zeichnet auch alle großen Acts aus, wahrscheinlich wirst du das aus anderen Branchen genauso bestätigen können, die reichsten Menschen, die tollsten Unternehmer sind genau die Menschen, die auch wahnsinnig viele Fehler gemacht haben, die viele Rückschläge erlitten haben und die hatten wir ja auch, also wir haben so viele Rückschläge erlitten und auch der Hass teilweise, den wir bekommen haben, um auf deinen zweiten Fragenteil zu antworten, war extrem, also bei uns standen teilweise bei Festivals, wenn wir gespielt haben, Leute vor der Bühne haben sich an unserem Merchandise-Stand Plakate gekauft, also sie haben sogar dafür bezahlt, um die dann vor unseren Augen abzufackeln, also anzuzünden. Das war absurd und deswegen hatten wir ja dann auch Securities und so weiter, wir hatten schon auch viel mit Neid und Hass natürlich zu kämpfen, gerade dann auch auf dem Schulhof etc., weil Leute ja dann auch oft reininterpretieren, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aus dem unternehmerischen Umfeld, wenn jemand erfolgreich ist, dann sagen viele auch außenrum so, jetzt denkt er, er ist was Besseres, obwohl du das vielleicht gar nicht denkst, aber in jede Situation, die du reinkommst, hast du erstmal das Gefühl, dich beweisen zu müssen als normaler Mensch und das hatte ich schon lange Zeit in meinen 20ern auch, das war schon ein Thema auf jeden Fall. Ich glaube, das wird auch sehr stark dadurch geprägt, dass es eben vielleicht gar nicht mal so viele Negativbeispiele gibt, aber die Negativbeispiele bekommen einen überproportional hohen Anteil an Share, wenn sich mal wieder jemand daneben benommen hat, ob das jetzt ein Musiker, Unternehmer oder eine andere erfolgreiche Person ist, also kann ich mir sehr gut vorstellen, natürlich, aber insbesondere in einem Umfeld, also wenn wir jetzt von Schulhof sprechen, in dem Menschen ja an sich noch keine gefestigten, reflektierten Persönlichkeiten sind und fairerweise insbesondere als Junge ist da schon auf dem Schulhof sehr, um das jetzt salopp ausgedrückt, zum Thema Chancevergleich geht in dem Alter als Teenager. Absolut. Und da bist du natürlich mit einem unfair advantage reingegangen als Boxster. Also habe ich es nie darauf angelegt, haben wir es nie darauf angelegt, dass das irgendwie, also wie gesagt, nie Musik gemacht aus dem Grund irgendwie besser als jemand zu sein, sondern hier immer, wir wollten halt einfach irgendwie unseren Kindheitstraum leben so und dass es dann halt auch genau so gekommen ist und dass wir jetzt auch nach über 20 Jahren immer noch in der Musikbranche sind, das ist ja dann ein viel weiterer Weg als sehr schnell, ich sage jetzt mal, wie gesagt, wieder in Anführungszeichen über Nacht erfolgreich zu werden, weil über Nacht bedeutet auch jahrelang gearbeitet im Hintergrund. Aber wenn man natürlich dann jede Woche in der Bravo steht oder im Fernsehen stattfindet, heute haben sich die Mechaniken wahrscheinlich ein bisschen verändert, heute ist es halt Social Media, dann wird da wahnsinnig viel reininterpretiert. Und das kann man manchmal natürlich auch gar nicht halten, so dieses Star-Ding. Aber ja, ich würde auch behaupten, ohne das jetzt irgendwie zu Schulterklopf-mäßig für uns selbst zu sagen, wir haben es irgendwie glaube ich ganz gut hinbekommen, aber also nicht durchzudrehen, nicht abzuheben, das hat da aber viel natürlich auch intern mit der Band, dass wir das immer viel drüber gesprochen haben und vor allem eben mit dem Umfeld zu tun. Also als ich vorher gesagt hatte, überraschend angenehm, ich würde das gerne nochmal mit zwei Sätzen ausschmücken. Ich finde persönlich, das wahre Größe, wahre Erfolg, charakterliche Stärke bei erfolgreichen Menschen sieht man daran, dass wenn man sie in einem normalen Umfeld kennenlernt, dass man überhaupt keine Ahnung hat, dass die andere Person erfolgreich ist und das hat etwas damit zu tun, wie man sich gibt, wie man spricht, wie man gekleidet ist, ob man irgendwie vollgepackt mit Marken und irgendwie teuren Uhren und irgendwie so etwas ist und ich habe dich kennengelernt, bevor ich wusste, dass du diese Historie hast und als ich das so echt Wahnsinn hätte ich jetzt so gar nicht erlebt, also cooler Typ und jetzt wo ich es weiß, ja der Stil und irgendwie der Flow, die Lockerheit, die passt dazu, aber dementsprechend kann ich das nur 100% zurückgeben, zumindest jetzt, ich weiß nicht wie du vor 16 Jahren auf dem Schulhof warst, zumindest jetzt ein Role Model. Ja er freut mich natürlich, kann ich nur zurückgeben, als wir uns kennengelernt haben, wusste ich auch erstmal nicht, was du machst und kann das nur 1 zu 1 zurückgeben und ich versuche da auch, wie gesagt, dazu gehört ja auch einfach wirklich viel Scheitern, viel nicht wissen, wohin der Weg geht und jetzt immer zu sagen, hey es wäre alles nach Plan verlaufen, das wäre ja einfach Quatsch, weil es ist nicht alles nach Plan verlaufen, bei Weitem nicht und es gab so viele Rückschläge in der Zeit, also wirklich so kurz bevor wir unseren Plattenvertrag verloren haben, sag ich mal, oder wo wir gedroppt wurden, da gab es die Situation, dass wir ganz stolz unser drittes Album unserer Plattenfirma vorstellen wollten und so, hey jetzt und wir greifen jetzt weiter die Weltherrschaft, reiße sie an uns mäßig und dann hat damals unser Plattenfirmenmitarbeiter gesagt, hey wir treffen uns in Berlin in so einer Dönerbude, kommt da vorbei und wir dachten uns schon, hä, irgendwie ist das jetzt nicht so der förmliche Rahmen, sonst immer schick essen, okay, aber so und dann sind wir da hin und dann hat die Plattenfirma auch knallhart gesagt, hey ihr könntet jetzt gerade den besten Song der Welt schreiben, es würde keinen Menschen mehr interessieren und wenn du das natürlich mit 17 so nach zwei, drei Jahren, wo du auf der, in deiner Sicht, Innensicht, auf der absoluten Erfolgswelle reitest, wo du europaweit spielst, ausverkauft, überall wie gesagt, kreischende Fans, alles ist quasi im Überfluss und toll und Wahnsinn und damals hatten wir natürlich noch nicht diese rein wirtschaftliche Sichtweise, die mir bis heute im Bereich Musik, die ist wichtig, ganz klar, aber sie darf nicht der alleinige Grabmesser dafür sein, ob was erfolgreich ist oder nicht, weil offensichtlich der Zuspruch von Fans und so war ja da, aber wenn du sowas natürlich gesagt bekommst, hey ihr könntet den besten Song der Welt schreiben, es würde jetzt keinen mehr interessieren, das war harter Tobak, also das war wirklich harter Tobak, weil ich dachte mir, okay, so schön und so schnell wie jetzt alles ging, so schnell ist es auch wieder vorbei und in dieser Situation haben wir ja dann wirklich auch die Entscheidung getroffen, ich weiß nicht, wir sind mit dem Zug zurück aus Berlin nach München gefahren und haben bei dieser Zugfahrt entschieden, okay, wenn es nicht geht, dann müssen wir es halt jetzt irgendwie selber stemmen und das war dann quasi die Geburtsstunde unseres eigenen Labels und dieser eigenen Struktur. Ich würde ganz gerne noch einiges an Zeit dafür reservieren, über dein jetziges Projekt zu sprechen, deswegen eine Frage noch, bevor wir vielleicht dahin gehen, das hat jetzt auch mit diesem, ihr wurdet gedroppt und dann auch irgendwann mal habt ihr euch entschieden, ich glaube, zu pausieren, auch wiederum hier aus der Laienperspektive. Wie funktioniert so etwas? Ich meine, das hat mich jetzt sowieso überrascht, als die Musik, also das Label gesagt hat, ihr könntet den besten Song der Welt schreiben und das würde keinen interessieren. Also zunächst einmal könntest du da noch ein, zwei Sätze dazu sagen, wieso, was haben die damit gemeint? Also war einfach Killerpilze an sich oder der Musikstil gerade nicht mehr in oder hat das nicht mehr in deren Portfolio gepasst? Also das ist so die eine Frage und die zweite, die ich da gerne mit anschieben würde, ist, wenn man jetzt Musiker ist, wenn man eine Band hat, wie funktioniert Success Management? Also was ich damit meine, ganz simplifiziert gesagt, in einem Unternehmen, wenn du merkst, oh Mist, meine Zahlen gehen irgendwie runter oder Interesse wird irgendwie weniger, idealerweise hast du natürlich schon davor was dafür gemacht, aber wenn du nun mal in der Situation bist, dann analysierst du, woran das liegt und entwickelst Strategien und Initiativen, um das Ganze zu stoppen und wieder umzudrehen. Wie funktioniert sowas dann allgemein in der Musikindustrie, wenn ein Band oder ein Künstler merkt, aus irgendwelchen Gründen geht es jetzt gerade von den Interessenszahlen nach unten? Also wie bewertet man es? Ja, natürlich, indem man idealerweise auch unternehmerisch irgendwo dann, wenn man professionell Musik macht, das Ganze begreift, Einnahmen, Ausgaben im Blick behalten. Da waren wir gerade, sag ich mal, zu Beginn unserer Karriere sicher nicht die Meister drin. Also wir waren keine Meisterunternehmer. Wir wussten, da kommt gut Geld rein und wie gesagt, mit Anfang 20 hast du ja jetzt im Zweifel auch andere Ansprüche, was Leben angeht, was für dich Luxus bedeutet, etc. oder was du auch zum Leben benötigst. Dementsprechend waren dann auch zeitweise unsere Ausgaben sehr, sehr hoch. Wir hatten natürlich dann auch ein Management um uns rum, die das auch irgendwie ein bisschen mitgemonitort haben. Ob sie das jetzt alle wunderbar und gut gemacht haben, würde ich rückwirken. so nicht bei allen mehr unterstreichen. Also ich mache mir schon mal Gedanken, ob man das nicht hier und da besser hätte machen können, aber auch das gehört zur Lernkurve dazu. Also normalerweise bewertet man wirklich halt natürlich den Erfolg daran, wie viele Tickets man verkauft. Das ist die wesentliche Erfolgseinheit. Wenn du es schaffst, irgendwie Leute live zu begeistern, Tickets zu verkaufen, auf Tournee zu gehen, dann bist du als Musiker grundsätzlich gut aufgestellt, weil das kannst du natürlich immer und immer wieder auch tun, dieses Live-Erlebnis. Ich sage mal so, tourlos von alle zwei Jahre auf Tour zu gehen, das ist so der Weg, alle zwei, drei Jahre vielleicht. Wenn du groß bist, dann kannst du dir natürlich auch mehr Zeit lassen. Und wie ich vorhin schon erwähnt, du bringst Songs raus, aber die Songs sind eigentlich weniger das, womit du Geld verdienst, sondern das ist halt einfach, sage ich mal, dein Steady-Produkt und alles, was außenrum passiert, Merchandise live, das ist so die Wertschöpfungskette, die dann für dich interessant ist, abgesehen von urheberrechtlichen Einnahmen und so weiter. Aber woran merkt man das, was nicht mehr läuft? Ja. Also was ist passiert? Also ganz konkret. Warum es jetzt? Stimmt, das war der erste Teil der Frage. Was ist da zum Beispiel passiert, dass irgendwie von dem Hi, das du erzählt hast, ist auf einmal Richtung Universal, droppt euch und müsst euch selber durchschlagen und dann auch irgendwann zur Pausierung hin? Ehrlicherweise glaube ich, damals war es einfach so, wir wurden als Teenie-Band vermarktet und man hat uns nicht zugestanden, eine Entwicklung da rauszumachen. Also ich und wir damals als Band haben eigentlich nur diesen Major-Plattenvertrag unterschrieben, weil man uns mit dem Spruch auch geködert hat, wir sehen in euch die neuen, die Ärzte und die neuen Toten Hosen, was natürlich unsere absoluten Heroes damals waren. Und für mich hat da gleich mitgeschwungen, wir sehen in euch eine langfristige, also langfristig was Aufgebautes. Das heißt, wenn auch mal was nicht vielleicht so funktioniert, sägen wir nicht direkt jetzt diese Band ab. Ja, ich wurde eines Besseren belehrt, wir wurden eines Besseren belehrt. Woran kann es gelegen haben? Also das fragt man sich ja oft im Nachgang. Ich vermute, es waren viele Ausgaben. Also ich denke mal, da wurde sicher auch viel Geld ausgegeben, um uns überhaupt in den Markt zu platzieren. Und ja, man hat uns und unseren Fans nicht zugestanden, diesen Schritt in Richtung Erwachsenenleben gemeinsam zu gehen. Ich würde nicht behaupten, dass wir nicht mehr den, ja, Zeitgeist schwingt da wahrscheinlich mit. Also man hat uns womöglich nicht zugestanden, dass das, was wir machen wollen, Rockmusik, schließt sich so ein bisschen der Bogen zur Eingangsfrage, dass das langfristig etwas ist, womit man, jetzt sind wir wieder beim Thema, finanziell stabil in der Musikindustrie performen kann. Und ja, insofern haben sie recht behalten, dass wir natürlich die Folgejahres extrem schwer hatten, uns auf eigenen Beinen da durchzubeißen. und diese Band dann auf dieses Level zu hieven, wie wir uns dann auch in die Pause verabschiedet haben. Wir haben 2019 unser bis dato letztes Konzert gespielt. Es war dann auch eine der erfolgreichsten Tourneen, die wir bisher gemacht haben. Aber der Weg dahin, die zehn Jahre dazwischen, harte, harte, harte Arbeit. Und da war es tatsächlich dann auch so, dass wir schon von der Musik gelebt haben. Aber alles, was irgendwie an Überschuss da war, quasi in die Karriere direkt reinvestiert wurde. Also es war wirklich, wir verdienen Geld, wir können davon leben. jetzt nicht üppig, aber alles ist cool. Und alles, was reinkommt, wird natürlich auch in den Fortbestand, ich sage jetzt mal, der Band, wieder zurück investiert. Neue Platte machen, Videos drehen, auf Tour fahren, das kostet natürlich auch alles Geld. und damit dieser Betrieb am Laufen gehalten werden konnte, war wie so ein bisschen so ein goldenes Hamsterrad, ohne dass man jetzt Gold auslegen sollte mit Rolex-Uhren und viel Geld. Sondern man konnte einfach als Musiker leben, was schön ist, aber jetzt auch nicht die großen Sprünge machen konnte. Als du euch entschieden habt, dann die Pause zu machen und du dann in deine nächste Karriere, in deine nächste Karrierestufe gegangen bist, welche Optionen hast du dir da ernsthaft angeschaut für deinen Weg danach und was war das dann für ein Gefühl? War das, ich habe geweint, ich habe gefeiert, ich musste mich besaufen? Also die Entscheidung, dass wir Ende 2019 diese Pause auf unbestimmte Zeit machen wollen, die die, haben auch erstmal für mich ein bisschen überraschend, bin ich ganz ehrlich, die habe nicht ich alleine getroffen, sondern die haben wir dann zusammen getroffen, aber es gibt ja immer erstmal eine Person in Konstrukten, die sagt, hey, ich könnte mir jetzt vorstellen, das. Und es war für mich schon erstmal, ja, ein Schockmoment auch. Also weinen war definitiv ein Part. Dann auf der eigenen Tour, aber auch zu sagen, hey, wir feiern das, was wir bisher zusammen erreicht haben. Definitiv war auch ein Part. Und was ich mir als ernsthafte Optionen überlegt habe, ich bin ganz ehrlich, am Anfang war ich total blank. Ich hatte unfassbare Angst vor dem, was als nächstes passiert. Da muss man auch dazu sagen, da kam natürlich direkt Anfang 2020 Corona. das hat dann die Musikindustrie per se wie alles andere auch komplett lahmgelegt. Das heißt, wir hätten gar keinen, selbst wenn wir diese Pause nicht geplant hätten, hätten wir da zwangsläufig eine Pause machen müssen. So, schon aus anderen Perspektiven. Dementsprechend heute rückwirkend macht natürlich alles wieder total Sinn, was damals gar keinen Sinn gemacht hat. Und wo ich einfach, weil du gefragt hast, wie war mein Gemütszustand? Ich war, also ich hatte Angst. Ich hatte natürlich auch Angst, was passiert jetzt? Was mache ich jetzt? Und ehrlicherweise gab es für mich nur eine Option, nämlich, ja, Superlive-Promo zu machen, beziehungsweise das ist dann eben so in den Monaten, wo auch klar wurde, okay, wir spielen jetzt die Tour, dann beginnt aber auch erstmal ein neuer Abschnitt, bei einigen von uns auch privater Natur. Mein Bruder hat auch eine Firma, die wir aber auch, und das ist wichtig zu verstehen, die ich auch schon acht Jahre davor nebenbei hatte, nur wirklich als One-Man-Company so nebenbei. Wenn man mal nicht auf Tour war, habe ich halt damals auch schon Promotion und Marketing für bestimmte Künstler hinweg gemacht, aber immer mit dem Mindset, ich will niemandem erzählen, dass ich Promo und Marketing mache, weil das diskreditiert so gewissermaßen mein Flair als Musiker total also total blödes ja, total blödes Mindset natürlich und dementsprechend war dann eigentlich die einzige Option all in or nothing Superlife, weil das war in der Musikindustrie schon und den Traum irgendwie mal ein eigenes Unternehmen, in welcher Form auch immer, ich hatte nie die Idee, irgendwann mal eine Marketingagentur aufzubauen mit MitarbeiterInnen und so weiter, aber ich hatte irgendwie immer das Gefühl, ich will schon unternehmerisch auch mal was ausprobieren, was machen und dementsprechend lag das dann so ein bisschen auf der Hand, würde ich sagen. Was genau machst du mit Superlife Promo und wie sieht deine Vision dafür aus, was würdest du gerne damit erreichen? Superlife Promo ist eine moderne Musik Marketing Firma. Ich sage bewusst modern, weil ich natürlich auch dieses Business von der anderen Seite kenne, aus Musikersicht und da haben wir in den letzten Jahren und teilweise jetzt schon Jahrzehnten natürlich auch mit diversen Formen von Marketing, Promotion etc. zu tun gehabt. Ich für meinen Teil hatte das Gefühl, man sollte das, also 2019 hat es angefangen ein bisschen moderner begreifen, anders machen, auch mehr aus der Sicht eines Musikers und ich habe mir eigentlich eine Firma gebaut, wie ich sie gerne als Musiker als Partner hätte. So, das ist eigentlich meine ursprüngliche Vision gewesen. Wir machen Promotion für KünstlerInnen, das bedeutet, wir sorgen dafür, dass sie im Radio laufen, dass sie auf Social Media ihre Potenziale ausschöpfen, dass sie in die letzten verbliebenen Musik-Fernsehshows wie Inas Nacht und Late Night Berlin kommen. Wir schauen, dass online über sie berichtet wird. Wir beraten viele MusikerInnen eben im Bereich Karriere, Entwicklung, Aufbau, auch wie begreife ich meine Band als Brand, also wie baue ich auch eine Marke aus meinem vielleicht erst mal Hobbyprojekt oder Semiprofessionellprojekt oder wie kann ich meine Marke auch vergrößern und ich habe mittlerweile mit dem Partner auch noch ein neues Label, wo wir eben auch KünstlerInnen managen im Label haben und ich würde sagen, wir sind eine agile Musik Company, die natürlich einen Fokus auf Marketing und Promotion hat, aber zum Beispiel dieses Label, das kam einfach, als ich eine Band entdeckt habe, mit denen ich zum Beispiel gestern auch auf dem Southside-Festival war, vor drei Jahren habe ich die gehört und wusste, wow, die Jungs, die haben was Besonderes, das ist so dieser One in a 1000 oder One in a Million Act, wo ich einfach das Gefühl hatte, es ist besonders und ich würde gerne den Weg mit denen in welcher Form auch immer gehen. Das heißt, wenn du auch ein Label hast, das heißt, du kannst dann auch Künstler selber unter Vertrag nehmen und ziehen. Also nicht so wie wir jetzt vorhin über diese Major-Verträge gesprochen haben, sondern das ist da ein bisschen ein ganzheitlicheres Modell. Wir arbeiten da mit diesen KünstlerInnen eben auf Management-Seite zum Beispiel zusammen, plus Label und können einfach, ich bin kein Fan davon, heute die ganzen Bereiche so isoliert zu betrachten, sondern was am Ende zählt als Musiker und als Musikerin, und das habe ich ja damals auch begriffen, ist, dass du gute Leute um dich rum hast, die deine Ziele als Musiker, als Musikerin entweder mit verwirklichen können durch ihr Netzwerk, Stichwort Promotion Marketing, wo wir natürlich uns über die letzten Jahre große Netzwerke aufgebaut haben und auch durch die Netzwerke, die ich halt natürlich in über 20 Jahren Musikindustrie irgendwie aufgebaut habe, und die aber auch dich und deine Band, deine Songs voranbringen wollen, also wo diese Leidenschaft da ist, und das ist eben so ein bisschen der Kritikpunkt, den ich auch an den vermeintlich großen Plattenfirmen oft habe, dass da die Leidenschaft im Zweifel manchmal eher weniger eine Rolle spielt und es nur nach harten KPIs gemessen wird, aber ganz klar ist, und das war für mich ein riesiger Lernprozess, mit einer Firma, mit Agentur, mit Mitarbeiterverantwortung dann irgendwann auch, natürlich müssen wir auch wirtschaftlich funktionieren, das ist kein, wir sind dann auch nicht die Wohlfahrt, aber ja, wir fungieren eigentlich so ein bisschen als Partner für MusikerInnen und können mittlerweile neben Promo und Marketing, was so unser Hauptkern ist, auch natürlich andere Bereiche mit abdecken. Wie, wie kommen, wie kommst du oder wie kommen die Bands quasi an, an euch? Also wie funktioniert dieser Matchmaking-Prozess? Ich glaube, da sind wir auch besonders in unserer Branche, weil ich vielleicht auch durch meinen Bühnenhintergrund als Musiker jetzt nie das Problem hatte, irgendwie vor eine Kamera zu treten und auch darüber zu sprechen, was wir eigentlich machen, also so ein bisschen diesen Backstage-Vorhang, sag ich mal, zu lüften, Promotion-Marketing, ja, das sind so tolle Buzzwords, wo die wenigsten Leute wahrscheinlich darunter verstehen, was bedeutet das denn effektiv? Und ich habe halt eben 2019 oder dann auch 2020, als Corona mit voller Wucht kam, also quasi in das, in die ersten paar Monate meines neuen Lebens als kleiner Unternehmer mit den ersten ein, zwei Mitarbeitern, dachte ich mir, ey, Flucht nach vorne, wir müssen jetzt irgendwie natürlich sichtbar werden, um an Aufträge zu kommen, weil sonst darf ich meine ein, zwei Mitarbeiter hier direkt wieder entlassen und ja, wir haben halt einfach angefangen, uns auf Social Media zu präsentieren, auch mit Werbung für unser Unternehmen und haben dann einfach quasi so einen, ja, wahrscheinlich würde man unternehmerisch sagen, Lead-Generierungsprozess aufgebaut, anstatt nur zu hoffen, wir werden weiterempfohlen so und das ist so grundsätzlich mal wie viele glaube ich auf uns aufmerksam werden und natürlich mittlerweile wieder, das ist jetzt so, da schließt sich der Kreis, jetzt auch wieder viel über Weiterempfehlungen, was mich persönlich natürlich extrem freut, weil mir das auch wichtig ist, dass wir da draußen in der Musikindustrie, ich habe es vorhin schon gesagt, kleine Bubble gefühlt, dass wir da einfach auch als Partner wahrgenommen werden und das habe ich auch all meinen Leuten von Tag 1 unserer Firma eingebläut, wir hätten viele Sachen machen können, nur für jetzt mal schnell irgendwie 5.000 oder 7.000 Euro Auftrag, aber mir ist wichtig, dass wir das auch in hoffentlich 5, 10 Jahren noch erfolgreich machen können und dementsprechend ist unser Auftrag dann natürlich das Ganze auch nachhaltig und gut, mit guter Arbeit zu untermauern, ja. Hast du abschließend noch eine für uns hauptsächlich Laien eine Bewertung oder einen Wunsch an die Musikindustrie, die Musikkultur in Deutschland? Ich kann von meiner Seite sagen, jemand, der sehr, sehr weit weg von der Szene ist, ich bekomme sehr wenig von deutscher Musik oder der Musikindustrie in Deutschland über Medien oder irgendwelche anderen Arten von Touchpoints. mein Wunsch an die Musikindustrie, wow. Also mein Wunsch ist schon, dass Fans auch verstehen, wie wichtig es ist, für Musikerinnen zum Beispiel Konzerte zu besuchen, Merchandise zu kaufen, die KünstlerInnen eben auch da zu unterstützen, weil, glaube ich, oft eben nicht zusammengebracht wird, Künstler XY hat auf Spotify weiß ich nicht, 600.000 monatliche HörerInnen, was natürlich nach wahnsinnig viel klingt, kann aber am Ende des Monats seine Miete nicht bezahlen. Das ist einfach, das geht nicht zusammen und da muss sich die Musikindustrie klar in Deutschland aber auch generell irgendwie ändern, dass diese Wertschöpfungskette auch für den Künstler wieder besser wird. Jetzt haben wir das große Glück, mehr und mehr MusikerInnen betreuen zu dürfen, die daraus wirklich dann auch ihren Lebensunterhalt wieder generieren, aber es ist am Ende wahrscheinlich bis auf einige wenige keine Industrie, wo du per se reich wirst. Also wenn du wirklich reich werden willst, sag ich jetzt mal, dann musst du in andere Branchen gehen. Wenn du aber sagst, ich finde für mich, egal ob jetzt als Musiker, als Unternehmer in diesem Feld, einen Sweet Spot, wo ich sagen kann, ey, das ist wirtschaftlich sinnvoll bis lukrativ von mir aus, aber dafür habe ich halt eben diesen Benefit in dieser Branche zu sein. Ich glaube, daran hast du viel geschafft. Wahrscheinlich kann man das auch auf jede Branche und jede Leidenschaft irgendwie übertragen, sagen, worin bemisst sich dann Reichtum etc. Ich würde mir wünschen, dass beim Künstler am Ende noch mehr bleibt natürlich und ansonsten ja, dass weniger mit den Träumen von MusikerInnen gespielt wird, sondern viel mehr auch erwähnt wird und das zum Beispiel war auch unser Auftrag in unsere Beratung. Natürlich arbeiten wir da auch mit diversen jungen KünstlerInnen und unser Beratungszweig in der Firma heißt zum Beispiel Rockstar Coaching, einfach weil es in meinen Augen cooler Name ist, der im Kopf bleibt, also es hat Marketing hinter Gedanken, aber mir ist ganz wichtig in diesen Erstgesprächen mit den KünstlerInnen auch klar zu machen, dass es jetzt nicht so ist, dass wir irgendwie ein paar Monate zusammenarbeiten und ein bisschen Zauberstaub vergossen wird und dann bist du Rockstar, sage ich jetzt mal ganz platt, sondern wie wichtig es ist, sich ein solides, eine solide Unternehmung aufzubauen und was dazu auch notwendig ist und dass es verdammt hart werden wird und dass es verdammt anstrengend ist und dass es viele Rückschläge geben wird, das ist wichtig zu erwähnen und auch wenn ich jetzt mit unseren erfolgreichen Acts zum Beispiel auf einem Festival wie gestern bin, sehe ich es schon immer wieder auch als ein Auftrag von mir und von uns als Firma oder jetzt auch als Privatperson den Acts zu sagen, hey, schätze das, was du hier gerade hast, so. Also zum Beispiel Kaffkiez, die Band, die wir eben betreuen, die sind eben vor drei Jahren haben die ihren ersten Song veröffentlicht und haben jetzt gestern irgendwie vor knapp 20.000 Menschen auf dem Southside Festival einen umjubelten Auftritt gehabt und da gibt es quasi seit Tag 1 nur einen Stein nach oben und meine Aufgabe ist dann schon auch als Management mit dem Hintergrund, den ich natürlich auch habe und auch mit meinem Partner, der auch schon 25 Jahre im Musikbusiness dann dabei ist, immer wieder zu sagen, schätze den Moment. Es kann auch irgendwann wieder vorbeigehen, aber wichtig ist, dass bei all dem höher, schneller, weiter und das ist wie in jeder Branche, wenn du erfolgreich bist, dann bist du noch mehr Erfolg. Warum spielen wir jetzt nicht schon den Haupt-Headliner und überhaupt und sowieso, dass man auch immer wieder konstatiert, ey wow, wie gut läuft das gerade auch und das ist glaube ich wichtig, so klassisch, bisschen spirituell, der Weg ist auch das Ziel, also dieses definitive Ziel, klar, bei uns war es irgendwie Rock am Ring, Headliner spielen. Was passiert, wenn du das erreicht hast? Beendest du dann deine Karriere? Nein, natürlich nicht, haben wir auch nicht gemacht. Wir haben auch nicht als Headliner gespielt, muss ich dazu sagen, aber wir haben bei Rock am Ring gespielt. So, das war der absolute Kindheitstraum für immer, so, da haben wir einmal spielen, wo irgendwie du deine großen Heroes siehst. Wenn du dann aber da stehst, dann ist es natürlich wieder nur ein weiterer kleiner Haken und du wächst dann irgendwie mit deinen Aufgaben oder Rückschlägen oder auch Zielen und deswegen, ich finde wichtig, da immer auch, ja, so diesen Realismus reinzubringen und das kennen wahrscheinlich Leute, die außerhalb der Musikindustrie nicht sind. Die Musikindustrie ist schon ein Haifischbecken, kann man so sagen. Das ist ein geflügeltes Wort auch innerhalb der Musikindustrie. Man nennt dieses, sich immer wieder neue extern, extern bewertbare, extern quantifizierbare Ziele zu setzen, auch, also im Englischen sagt man da Moving Goalposts, Ziel. Typischerweise spricht man davon, ich möchte jetzt diese Beförderung, dann hast du die Beförderung erreicht, dann möchtest du die nächste und irgendwie das Problem daran ist, dass man in so einem Modus ist einem sehr schwerfällt, im Hier und Jetzt zu leben, sondern man arbeitet immer wieder auf das nächste voran. Aber jedes Mal, wenn man das nächste erreicht hat, fällt man wieder in das gleiche Loch und sucht sich das nächste Ziel und so quasi die Befürchtung dabei ist, man gibt eben Happiness, also Glück im Hier und Jetzt auf, um irgendwie zukünftig Erfolg zu haben, um dann mit dem Erfolg sich wieder glücklich zu fühlen. Absolut, also es ist total, Menschen sind ja manchmal leider echt sehr irrational, was solche Prozesse, internen Prozesse angeht und das kann ich wirklich so beipflichten, auch damals, ich würde behaupten, ich habe schon damals das auch immer sehr geschätzt, diese ganzen Wahnsinnserfolge in kurzer Zeit, ich werfe mir irgendwie dann doch nicht so richtig ernsthaft, weil ich es auch versucht habe zu schätzen, also ich bin generell ein Mensch, würde ich überhaupt nicht versuche immer sehr im Hier und Jetzt zu sein, also wenn wir jetzt sprechen, dann ist für mich das das Entscheidende und alles andere ist egal und ich glaube, das ist auch die Magie am Musikmachen zum Beispiel, wenn du ein Konzert spielst, es gibt wenig, wirklich wenig auf der Welt, was vergleichbar ist mit diesem Tunnel, in dem du dich da befindest oder wenn du im Studio einen Song mit jemandem zusammenschreibst und du merkst auf energetischer Ebene, also natürlich ist Songschreiben irgendwo auch ein Handwerk, du weißt irgendwann, da kommt ein Refrain, da kommt eine Strophe, den Text kann man so und so schreiben, aber wenn energetisch in so einem Raum was passiert, mit Leuten zusammen, dass du eine Schwingung bekommst, die klar macht so, ey, da passiert jetzt gerade ein Song, das ist irgendwie Gänsehaut oder wenn du auf der Bühne stehst und 20.000 Leute singen deinen Text oder so, das sind Dinge, dafür brennen wir in der Musikindustrie, ich glaube, und nicht nur in der Musikindustrie, sondern ich fange jetzt auch gerade wieder an, Songs zu schreiben, für mich selber, erst mal, wer weiß, was da noch kommt, kleiner Spoiler, hier das erste Mal weltexklusiv und das ist wirklich das große Glück, einfach auch da kreativ irgendwie tätig zu sein und irgendwie solche Momente, solche Schwingungen erleben zu dürfen, das ist jetzt ein bisschen spirituell, aber ich hoffe, du kannst mir folgen, weil das ist das Besondere, ich glaube, das ist auch was ganz viele Leute von außen, wenn sie sagen, boah, hey, du bist Musiker, das ist doch mega geil, du kannst ein Instrument spielen, ist immer so stellvertretend für, du schaffst es irgendwie vielleicht bestimmte Sachen anzuzapfen, ich behaupte, dass jeder Mensch kreativ sein kann und kreativ ist, vielleicht jetzt nicht am Instrument oder im Songs schreiben, aber wahrscheinlich hat jeder irgendwie so ein Ding in sich, wo er das ausleben kann und eigentlich die gleichen Dinge anzapft, die wir beim Songs schreiben oder auf einem Live-Konzert anzapfen, bloß halt vielleicht in unterschiedlichen Feldern. Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, jeder Mensch ist kreativ, da müsste man wahrscheinlich diese Definition sehr breit fassen, dass das wirklich so ist, aber wo du darüber erzählt hast, diese Energie im Raum und auch auf der Bühne stehen, ich glaube schon, dass Menschen noch Wahrnehmungsformen haben, denen sie sich nicht bewusst, nicht wirklich bewusst sind, also ich glaube schon, dass da eine gewisse Art von, ich kann es nicht besser ausdrücken, Energie und gleichgetaktete Schwingung dann in so einer Konzerthalle passiert, wenn ein Künstler da so richtig in the Tunnel ist und die Fans mitreißt. Dementsprechend... Ja, das ist letztendlich die Magie, glaube ich, des ganzen Musik-Dings, sage ich mal. Also du hast ja jetzt auch schon einen Einblick bekommen, ich hoffe, ich konnte es auch irgendwie so schildern, dass es nicht zu spröde rüberkommt, aber natürlich ist die Musikindustrie auch eine Industrie, das heißt, du glaubst gar nicht, wie viele Menschen in der Musikbranche arbeiten, aber einfach nur am Schreibtisch sitzen. Also das hat ja wirklich nichts mit der Musik an sich zu tun und das ist wahnsinnig wichtig und ich habe ja jetzt in den letzten drei, vier Jahren auch ganz viel davon kennenlernen dürfen und mittlerweile glücklicherweise auch ein großartiges Team, das mich unterstützt, zum Beispiel dann auch wieder einen Schritt zurück zu gehen und zu sagen, ich möchte unternehmerisch in dieser Branche tätig sein, ja, aber ich habe natürlich in der Zeit, wo ich jetzt die Firma baue, auch manchmal vermisst dieses, ey, auf der Bühne sein, mein altes Leben, im Studio sitzen, auf Tour fahren und ich möchte mir das auch und das habe ich auch jedem, jedem und jeder aus meinem Team gesagt, ich möchte das mir auch stückweise wieder zurückholen und das ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, weil man denkt immer, wenn jemand Musiker ist, dann kann er nicht automatisch auch, ja, Unternehmer sein, zum Beispiel. Das versuche ich auch ein bisschen zu widerlegen und ich glaube, die wirklich großen MusikerInnen sind alle irgendwie Unternehmer, haben natürlich auch ein Team um sich rum, aber haben immer schon gedacht, ey, wie komme ich vielleicht noch einen Schritt weiter, was kann ich machen? Nicht jeder baut natürlich eine Marketingagentur draus, das ist klar, aber für mich zählt da jetzt auch gerade wieder so dieses Kreative, dieses, wo ich auch ursprünglich herkomme, mir natürlich wieder mehr in mein Leben auch zurückzuholen und diese Strukturen auch dahingehend wieder so ein bisschen aufzubauen, im Zweifel, auch wenn es bedeutet, dass man vielleicht jetzt nicht die nächsten Umsatzziele unternehmerisch oder so reißt oder versucht zu reißen, weil das so ein bisschen auch der Sweetspot ist, wo ich irgendwie hinkommen möchte. Sehen wir eine Rückkehr von dir auf die Bühne? Definitiv, also das kann ich hier schon sagen, definitiv, ich sehe mich nicht nur in meinem Hintergrund, jeder, der mich jetzt wahrscheinlich heute hier gehört hat, sagt sich, der Typ im Hintergrund, der labert doch die ganze Zeit und also ich bin natürlich auch, was die Firma angeht, irgendwie schon präsent und mache das auch sehr gerne, aber ja, ich will definitiv auf die Bühne zurück, vielleicht nicht in diesem in diesem Turnus, dass man wirklich sagt, ey, ich muss 70 Shows pro Jahr spielen, um erfüllt zu sein, weil definitiv, das kann ich auch sagen, ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste, was soll ich denn dann sagen? das zehrt natürlich dann auch irgendwie anders als mit Anfang 20 so, aber ja, ich möchte im übertragenen Sinne schon zurück auf die Bühne und einfach wieder auch musikalisch aktiv zu sein, ob das jetzt für mich bedeutet, ich muss mit meinem Solo-Projekt oder irgendwann auch mit den Killerpilzen wieder, wie du vorhin gesagt hast, dieses Moving-Goal-Post, hast du gesagt, ob das wieder eine Rolle spielt, kann ich dir nicht beantworten, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich meine Solo-Karriere damit starten will, zu sagen, ich muss jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, in München vor 1500 Menschen ein Konzert spielen, wenn das nicht der Fall ist, dann war das nicht erfolgreich, für mich ist gerade extrem schön, dieser Prozess mit anderen Menschen Musik zu machen, dass da was rauskommt, dass mich diese Menschen auch als Musiker wahrnehmen im Raum und nicht als, ach ja, das ist der Typ, der eine Marketing-Company hat und der versucht jetzt wieder ein paar Songs zu schreiben, sondern, dass ich wieder einfach wirklich zu dem Kern zurückgehe, wo ich auch herkomme, wo ich mich einfach jetzt auch neu challengen will, natürlich, wenn ich jetzt irgendwie Musik mache, dann will ich nicht, dass meine neuen Songs zu den 90% gehören, die unter 1000 Streams haben, natürlich habe ich irgendwie intern wahrscheinlich schon Ambitionen, aber nicht dieses Bucketlisting, ja, haben wir gerade drüber gesprochen, das versuche ich mir, ich versuche da sehr spielerisch gerade ranzugehen und wenn das irgendwie von ein paar Leuten gemocht wird und ich denke wirklich beim Songschreiben dann zum Beispiel an meinen Freundeskreis, dadurch, dass wir uns privat kennen auch, freue ich mich, wenn du mir dann sagst, hey jo, geiler Song, geiler Text ist vielleicht nicht meine Musik, aber mach doch irgendwas mit mir, das sind so, das sind so ein bisschen interne Gradmesser für meinen Erfolg, was jetzt meine Musik angehen würde und ich hoffe, ich kann mir das lange beibehalten, bevor mich dieses Seifel specken dann wahrscheinlich wieder in seine unerbittlichen Das ist eine sehr, sehr schöne, das ist eine sehr schöne Einstellung zu sagen, ich mache etwas, das ich liebe, I love the process und im Idealfall habe ich natürlich damit auch Erfolg Aber es muss jetzt für mich zum Beispiel am Anfang kein Geld verdienen, das ist jetzt nicht der Anspruch und ich meine, wenn du so denkst, haben wir vor über 20 Jahren die Band ja auch so gestartet, aus diesem Spielerischen raus und ich glaube, wir erwachsene Menschen, ob wir jetzt erwachsen sind, das kann ich jetzt nicht abschließend beurteilen, aber ich fühle mich zumindest erwachsen und mitten im Leben, aber genau das verliert man ja leider oft, dieses vielleicht auch spielerisch an was rangehen, da halte ich es irgendwie manchmal ganz simpel, man muss Dinge einfach auch probieren, ausprobieren, Fehler machen, generell einfach machen und ich meine, das haben wir halt mit 12, 13, 14 damals auch gemacht, wir hatten keine Ahnung, wir haben uns Gitarren umgeschnallt, wir haben im Losverfahren bestimmt, wer jetzt Sänger werden soll und wer gut ein bisschen habe ich mich vielleicht schon hervorgeprescht und wollte schon Sänger sein, aber das war so sehr spielerisch und wahrscheinlich würde ich das sogar ein bisschen übertragen, auch auf die unternehmerische Welt, wenn du eine Idee hast, wenn du ein Startup aufbaust, muss das irgendwie wahrscheinlich auch Teil sein, du kannst es natürlich und du solltest es auch irgendwie am Reißbrett irgendwie planen und deine KPIs im Blick haben und dir vielleicht auch Ziele setzen, aber so dieses spielerisch auch nicht wissen, was passiert, ist wahrscheinlich ganz normal. Ich glaube vor allen Dingen, wenn es dir wichtig ist, dass du auf dem Weg ein gewisses Glücksgefühl empfindest und wenn du ein gewisses Durchhaltevermögen haben möchtest, dann ist das sehr wichtig. 100 Prozent, also wie viele schlaflose Nächte ich in den letzten vier Jahren hatte, wie gesagt, Mitarbeiterverantwortung und wem erzähle ich es? Also ich meine, ich kann mir nur vorstellen oder vielleicht nicht mal annähernd vorstellen, wie es dir auch in vielen Phasen gegangen sein muss, was man auch für Struggles mit sich hat und ich hatte jetzt irgendwie keinen Partner, ich habe das komplett hochgezogen, auch immer mit diesem jetzt versucht der Musiker hier eine Firma zu machen und natürlich auch viel so von außen, schauen wir mal und Stichwort Neid, Musikbranche, da ist ein Typ, der sich auf einmal vor eine Kamera stellt und irgendwie Promotion macht, hey, brauchen wir nicht drüber reden, dass das natürlich auch von vielen Leuten sehr heiß und wahrscheinlich nicht immer nur wohlwollend diskutiert wurde, was ich da jetzt mache, a, dieses harte Fell, dann b, aber auch natürlich die Zweifel, die man intern immer wieder hat, so hey, verzettel ich mich hier gerade, ich bin doch eigentlich Musiker, was mache ich denn eigentlich gerade so, folge ich hier gerade noch meinem Herzen und dann aber auch immer wieder an den Punkt zu kommen und da würde ich schon sagen, da haben wir dieses Gespräch jetzt auch für mich in einer schönen Phase in meinem Leben, ich will jetzt nicht sagen, hey, mir geht alles blenden, das ist alles wunderbar, aber ich empfinde gerade schon so eine gewisse Zufriedenheit und ein Glück, an diesem Punkt zu sein, wo ich sage, hey, die Firma läuft, es war ein übel harter Weg für mich, da hinzukommen, die Leute zu finden, genügend Aufträge zu haben, etc. und trotzdem auch wieder ein bisschen mehr meiner eigenen Passion irgendwie Raum zu geben, das ist gerade ein schöner Punkt und ich will natürlich diesen Spot auch bewahren, also das ist auch wieder mit viel Arbeit verbunden und auch diese Magie vor dem Start, sagen wir jetzt mal, Solo-Projekt, Nina Ratschuba hat da vor kurzem was Schönes gesagt, vielleicht die kennst du, auch wenn du dich immer als Laie bezeichnest, du hörst doch auch viel gute Musik, die hat gesagt, es gibt kein schöneres Gefühl, oder wortwörtlich hat sie es nicht so gesagt, aber es gibt kein schöneres Gefühl, als vor dem Moment, wenn etwas losgeht, also diese Unbefangenheit, dieses Spielerische, deswegen genieße ich glaube ich auch gerade diesen Prozess, weil das noch keinerlei Bewertungsgesetzmäßigkeiten unterliegt, das ist einfach wahnsinnig schön und eigentlich möchte ich diesen Zustand fast noch rauszögern, also zu sagen, ja, es kommt Solo-Wass und ich habe mir natürlich auch intern einen Plan gemacht, was da kommen soll und wann es kommen soll, aber das gerade ist so schön, dass ich ja auch einfach merke, vielleicht will ich das auch aus dem Grund nicht überstürzen, weil diese Magie ist halt im Zweifel nur einmal da, auch ein Solo-Projekt starte ich nur einmal wieder neu und dieses neue Dinge ausprobieren, sich irgendwie in Situationen zu begeben, die jetzt nicht komfortzonenmäßig sind, das macht mir auch natürlich Spaß, aber dass ich relativ früh angefangen habe, gibt es in meinen Augen natürlich nur bedingt, behaupte ich jetzt heute, frage mich in fünf Jahren nochmal, bedingt Spielfelder, wo man das immer wieder neu erleben kann, außer man gründet irgendwie dann irgendwann in einer ganz anderen Branche eine neue Firma und so, aber da merkst du wahrscheinlich dass Musik dann doch zu sehr meins jeweils. ich kann das extrem nachvollziehen, was du gesagt hast, diese Magie, also während man etwas kreiert, aber bevor man das erste Mal das irgendwo raus auf den Markt geschmissen hat und quasi Feedback zurückkommt, das hat sich in den letzten Jahren als Unternehmer relativ stark gewandelt, weil du durch neue Methoden sehr, sehr, sehr viel schneller auf dem Markt, also zumindest in vielen Bereichen des Unternehmertums bist du sehr, sehr, sehr viel schneller auf dem Markt, das heißt diese Magie, wir denken uns ja etwas aus und natürlich sind wir davon überzeugt, dass es funktionieren wird, aber wir wissen es noch nicht und deswegen, weil man es noch nicht weiß, tut man so, als ob es so wäre, die ist deutlich geringer. Ich glaube aber, der wesentliche Unterschied zum Musiker könnte ich mir vorstellen ist, dass ich als Unternehmer, ich finde das mittlerweile gut, dass ich so schnell Sachen auf den Markt schmeißen kann und wenn der Markt mir auf bayerisch Awards schon gibt und sagt, das funktioniert nicht, kann ich sehr schnell pivotieren in etwas anderes, etwas anderes machen und meine Identität ist nicht daran geknüpft, dass diese eine Idee, die ich jetzt hatte, funktioniert als Musiker. Wenn du als Musiker kannst du nicht sieben verschiedene unterschiedliche Musikerhüte aufsetzen, deine komplette Stile die ganze Zeit durchwechseln und also, das heißt, du hast mehr Bewertung deiner Identität darin und deswegen, trotz deiner magischen Phase, wünsche ich dir alles, alles Gute, nicht nur für Superlife-Promo, aber auch dann für dieses geheimnisvolle Solo-Projekt, von dem wir dann hoffentlich bald was hören und möchte mich sehr für das Gespräch mit dir bedanken, Jo. Ich danke dir auch, es war sehr, sehr schön, vielen Dank für die Einladung und ja, lass uns das gerne mal wiederholen. Ich hoffe, dann kann, ich hoffe, dann hast du es mitbekommen, mein Solo-Projekt und ich habe immer noch viel Spaß dran, nee, aber hat sehr viel Spaß gemacht und heute, ich habe selber auch aus dem Gespräch wieder viel mitgenommen, ist schön. Sehr cool, danke. Danke dir. Danke fürs Zuhören. Ich würde mich über Kommentare, Vorschläge und Feedback freuen. Außerdem, wenn dir die Show gefallen hat, bitte subscribe und lass mir eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal.